Nicht vorhechten. Nicht dahin gehen, wo dich der Gegner hinführt. Auf! Und versuch... Versuch gar nicht erst mit einer wie ihr zu kämpfen. Schönes Schwert. Sehr schöner Dolch. Sie haben nicht die richtige Menge Getreide für die Speicher beigesteuert. Also werden Sie auskommen müssen mit dem, was Sie... Ich hab lang nicht mehr trainiert. Ich kann für euch den Waffenmeister suchen, Milady. Der hat den Bluthund nicht geschlagen. Ihr schon? Ich will mit euch trainieren. Ihr habt geschworen, beiden Töchtern meiner Mutter zu dienen. Oder nicht? Aus dem Weg, Potrick. Das könnt ihr nicht verwenden, Milady. Es ist zu kurz. Ich werde euch nicht schneiden. Sorgt euch nicht. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wer hat euch das alles gezeigt? Niemand. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!